Komm, wir fragen den noch, auf Ehre. Entschuldigung, eine Frage, sind Sie schon geimpft? Ja. Ja? Ja, genau. Beide Impfungen? Jo. Wollen Sie noch eine? Nee, danke. Doch, doch, komm, komm. Komm, Mann, aber nicht ruhig, Mann. Komm her, du Wichser. Komm her, Mann, Alter. Komm her. Der Blick ist...